Ich habe mir überlegt in dieser Woche, worüber predige ich denn in diesem Festsonntag, in diesem Festgottesdienst. Dann bin ich in meiner stillen Zeit, da bin ich beim Johannes dran, auf eine Stelle gestossen, habe ich gedacht, das würde jetzt wirklich super passen für nächsten Sonntag und jetzt predige ich über Johannes 7, Vers 37 bis 39. Es ist eine Begebenheit, die ist auch bei einem Fest passiert. Ihr dürft gerne mit mir mitlesen. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, so dem Höhepunkt des Fests, da trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, denn alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Es war in Israel eines der grossen Feste. Es gibt insgesamt vor allem drei grosse Feste. Es gab damals das Fest hier, das war das Laubhüttenfest. Und da war eine grosse Menschenmenge in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt. Und es gab so die Sitte, dass an jedem Festtag Priester zum Teich Siloa gingen, dort Wasser schöpften und in einer feierlichen Prozession das Wasser zum Tempel trugen, dort mit einer Kanne Wein vermischt in so silberne Schalen leerten. Und dabei wurde das Volk Israel ans Wort aus Jesaja 12, 3 erinnert. Dort steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und in so diese Stimmung hinein steht Jesus auf und ruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Könnt ihr euch die Dramatik vorstellen in diesem Moment? Das Volk, das so den Eindruck hat, wir haben den Heilsbrunnen. Und Jesus sagt, nein, 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 ihr habt nicht den Heilsbrunnen, ich bin der Heilsbrunnen. Kommt zu mir. Jesus muss in diesem Moment den Religionsfrieden gestört haben. Unglaublich, oder? War auch so. Man liest ein paar Verse später, dass die jüdischen Führer, die religiöse Elite, Jesus gefangen nehmen wollten, beseitigen wollten. Und wenn ich heute darüber predige, dass Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken, dann denke ich, dass das heute auch den Religionsfrieden stört. Diese Aussage von Jesus, so absolut. Eine solche Aussage rüttelt auch heute noch auf. Jesus sagt hier, wer Durst hat. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, was Durst ist. Das weiss jeder Mensch. Die Menschen damals noch viel mehr als wir. Ich meine, das war eine Wüstenregion, da gab es kein fliessendes Wasser. Da kannte man das Gefühl von Durst. Wir kennen das nicht so oft. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, schon lange, lange her, ich war in einem Jugend- und Sportkurs, Lagerleiterausbildung, dreitägige Wanderung. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, drei Tage wandern. Und dann war es so, es war so heiß wie gestern etwa, so habe ich es in Erinnerung. Und irgendwann, so um drei Uhr nachmittags, hatte niemand von meiner Kleingruppe Wasser. Alles hatten wir ausgetrunken. Und wir wussten, es gibt jetzt etwa eine Stunde keinen Brunnen, kein Restaurant, nichts. Und ich kann mich erinnern, wie jeder Schritt, immer so der gleiche Gedanke, ja Durst, ich will Wasser. Ich meine, wenn man mal Durst hat und man hat kein Wasser, dann irgendwie denkt man die ganze Zeit nur noch daran. Und da ist es etwas vom Befriedigendsten, wenn man dann erleben kann, jetzt habe ich wieder Wasser. Wir waren dann in einem Restaurant und wir haben so viele Liter Wasser gekauft, das war noch teuer. Na gut. Aber es war so befriedigend so. Jesus meint hier natürlich nicht den körperlichen Durst, sondern er meint den seelischen Durst. Und das ist wohl auch ein Gefühl, das wir alle kennen, so eine Intuition, so tief in uns drin. So die Sehnsucht nach echtem Leben, nach erfülltem Leben. Vielleicht so der Wunsch, ganz zufrieden zu sein, Seelenfrieden zu haben, Erfüllung, Gelassenheit, unabhängig von den Umständen, die gerade sind. Welche Antwort würdest du mir heute Morgen geben, wenn ich dich fragen würde, was würde dich glücklich machen? Was würde dir ein erfülltes Leben geben? Überleg es dir mal, was würde dich glücklich machen? Die meisten Menschen geben hier eine Antwort von irgendetwas von ausserhalb von ihnen. Sagen, wenn ich zum Beispiel meine wahre Liebe finden würde, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich Karriere machen könnte, da noch ein Schritt, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich gesund wäre, wenn ich diese Diagnose nicht hätte, dann wäre ich, glaube ich, glücklich. Dann wäre ich zufrieden. Oder wenn ich mich sozial engagieren könnte, wenn ich Geld hätte oder was auch immer. Viele denken so schnell, wenn ich das habe, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das bin, dann. Dann, wenn, dann. Meine Frage ist dann, sind wir wirklich glücklich? Bist du wirklich dann glücklich, wenn du das hast, was du jetzt als dein letztes Ziel bezeichnen würdest? Das grösste Ziel. Boris Becker, vielleicht kennt ihr ihn noch, er war so mal vor Roger Federer. Er hat vor vielen Jahren mal in einem Intour gesagt, ich hatte zweimal als jüngster Spieler Wimbledon gewonnen. Ich war reich, ich hatte alles, was ich brauchte. Es ist das alte Lied von Filmstars oder Popstars, die sich das Leben nehmen. Sie haben alles und sie sind doch unglücklich. Aber ich hatte keinen inneren Frieden. Das ist das Problem. Es gibt nichts Äußeres, was unseren inneren Durst stillen kann. Dieser innere Durst ist so tief in uns drin, dass nichts Äußeres den stillen kann. Die Filmschauspielerin Sophia Loren, ich gebe zu, ich habe die nicht gekannt. Vor dieser Woche. Ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr schon ein bisschen älter seid. Ich habe dann gelesen, sie wurde in den 60er Jahren weltberühmt. Sie hat auch mal in einem Interview gesagt, ich habe alles, Filmpreise, Ehe, aber in meinem Leben gibt es eine Lehre, die sich einfach nicht füllen lässt. Eine Lehre. Jeder Mensch muss für irgendetwas leben. Jeder hat ein letztes Ziel im Leben. Jeder Mensch hat irgendetwas, wofür er noch sein letztes Hemd geben würde. Was ist das in deinem Leben? Ich möchte nach diesen zwei Zitaten noch ein drittes, längeres Zitat einblenden von David Foster Wallace. Dieser Mann ist ein postmoderner amerikanischer Schriftsteller. Da war er. Er hielt 2005 eine Rede bei der Graduierung in einem College. So vor Abschlussschülern. Und er durfte ihnen 20 Minuten lang so das Wichtigste fürs Leben mitgeben. Diese Rede, die er da gehalten hat, man kann sie heute noch nachhören auf Englisch, auf YouTube und so. Diese Rede wurde zum Klassiker, ich habe auch gelesen, zur Pflichtlektüre für alle Abschlussklassen heute in Amerika. Und man hat diese Rede dann veröffentlicht, den Titel gegeben, This is Water. Die deutsche Übersetzung dieses Büchlein gibt es auch, hat die Überschrift, Das hier ist Wasser. Und er hat damals, so bei Minute 18, Minute 19 gesagt, auf Englisch, habe ich hier eine Übersetzung. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der zwingende Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, irgendeinen Gott anzubeten, ist der, dass so ziemlich alles andere, das sie anbeten, sie bei lebendigem Leib verschlingt. Beten sie Geld oder Besitz an und erwarten von ihnen echten Sinn im Leben. Und sie werden nie genug davon bekommen. Nie das Gefühl haben, genug zu haben. Beten sie ihren Körper an, ihre Schönheit und sexuelle Anziehungskraft. Und sie werden sich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter ihre Spuren hinterlassen, werden sie tausend Tode sterben, noch bevor ihre Lieben sie schliesslich begraben. Beten sie die Macht an und sie werden sich zuletzt schwach und ängstlich fühlen. Und immer noch mehr Macht über andere brauchen, um die eigene Furcht zu betäuben. Beten sie ihren Intellekt an, dass man sie für smart hält. Und sie werden sich am Ende albern vorkommen. Wie ein Schwindler, der in ständiger Angst davor lebt, dass man ihm auf die Schliche kommt. Sehen Sie, das Heimtückische an all diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie in sich schlecht oder sündhaft wehren. Es liegt darin, dass sie uns unbewusst sind. Es sind Grundeinstellungen. Dieser David Foster Wallace war kein Christ, nicht mal religiös. Aber er hat etwas erkannt. Er hat erkannt, dass jeder sein Leben auf irgendetwas gründet, das Glauben erfordert. Jeder setzt sein Heil in irgendetwas. Jeder hat ein letztes Ziel. Das Tragische ist bei diesem Mann, dass er drei Jahre nach dieser Rede, 2080, das Leben genommen hat. Wikipedia schreibt über ihn, dass er im Alter von 46 Jahren während einer schweren, depressiven Episode sich das Leben nahm. Wenn das letzte Ziel, wofür wir leben, nicht Jesus ist, dann wird uns dieses letzte Ziel enttäuschen. Es wird uns versklaven. Wir werden denken, ich brauche das und das und ich muss jetzt. Und wenn ich das nicht habe, dann gibt es keine Zukunft mehr für mich. Es wird uns versklaven. Es wird uns gefangen nehmen. Wenn es angegriffen wird, dieses letzte Ziel, dann werden wir irgendwie total unruhig. Werden wir übermässig erschreckt. Übermässig zornig, wenn uns etwas in den Weg stellt. Und wenn wir es erreichen, merken wir, es hat uns doch nicht die Erfüllung gebracht, die wir uns erhofft haben. Wir Menschen haben ein Loch in uns. Und dieses Loch, das nennt die Bibel Sünde. Und die Sünde besteht hier vor allem darin, dass wir gegen das erste Gebot sündigen. Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir, sagt Gott. Das heisst, wir suchen das Heil, wir suchen das wahre Glück irgendwie an Gott vorbei. Und das kann dadurch geschehen, dass wir gegen Gottes Gebote verstoßen. Denkt hier an eine Begebenheit, ein paar Kapitel vor Johannes 7, da begegnet Jesus einer Frau. Und diese Frau, ich weiss nicht, was die für eine Kindheit hatte, für eine Jugend. Ich nehme an, sie hat viel Vernachlässigung erfahren. Vielleicht waren ihre Eltern gar nicht da. Vielleicht hatte sie sonst einfach keine Liebe bekommen. Und diese Frau war auf der Suche nach echter Liebe. Nach Annahme. Nach Erfüllung. Nach Wertschätzung. Nach Anerkennung. Und sie hat diese Wertschätzung, diese Liebe gesucht. Bei Männern. Jesus sagt ihr, du hattest fünf Männer. Und der sechste, also der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Sie hat gehofft, wenn ich diesen Mann habe, dann werde ich glücklich. Und dann hat er gemerkt, nein, ist nur eine Enttäuschung, also suche ich mir den nächsten Mann und wieder einen Mann. Und Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und diese Frau hat gedacht, wenn ich die Ehe breche, dann, dann werde ich wahrscheinlich glücklich. Dann bekomme ich, wonach ich mich so sehr sehne. Und Gott sagt heute, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten. Und du sollst nicht lügen. Und wir denken, ja, wenn ich das bekomme, was mir nicht zusteht, dann habe ich bestimmt ein gutes Gefühl. Dann geht es mir gut. Wenn ich das tue. Wenn ich abtreibe, weil es nicht in meine Lebensphilosophie hineinpasst. Dann. Dann werde ich glücklich. Wenn ich lüge, um besser dazustehen, dann werde ich glücklich. Macht das wirklich glücklich? Oh ja, es macht glücklich. Für einen ganz kurzen Moment. Ich glaube, Sünden machen oft glücklich. Ganz kurzfristig so. Glücksgefühl. Und dann wird die Leere umso grösser. Umso tiefer der Durst in uns. Wir können also auf dem Weg nach Vergnügen und Glück alle moralischen Regeln brechen. Das können wir. Aber es gibt auch den genau gegenteiligen Weg. Dass wir auf dem Weg zum Glück versuchen, möglichst alle moralischen Regeln zu beachten. Noch bevor Jesus dieser Frau begegnet ist, hat ihn ein Mann aufgesucht in der Nacht. Dieser Mann war ein Gesetzeslehrer. Er war ein Lehrer Israels. Dieser Mann war auch auf der Suche nach dem wahren Leben. Dieser Mann hat bestimmt alle Gebote versucht zu halten. Ein gutes Leben gelebt. Und wisst ihr, ich staune, wie viele Menschen heute in diesem Land versuchen, ein gutes Leben zu leben. Und mir dann sagen, warum muss Gott dich in den Himmel lassen? Sagen sie mir, weil ich so gut gelebt habe. Weil ich mir Mühe gegeben habe. Weil. Ich muss sagen, ihr täuscht euch. Wir täuschen uns hier. Wisst ihr, ich schaffe es nicht mal, meinen eigenen moralischen Massstäben zu genügen. Wie viel weniger dann Gottes Massstäben. Wir Menschen schaffen es nicht mal, immer so zu leben, wie wir selbst gerne leben würden. Noch viel weniger Gott. Sünde bedeutet, ich setze mich an Gottes Stelle. Ich bin mein eigener Herr. Mein eigener Erlöser. Diese Sünde kann sich zeigen auf unmoralische Weise, aber auch auf hochmoralische Weise. Dass ich mich selbst zum Gott mache. Selbst mein Erlöser und Herr bin. Und so ruft Jesus hier allen zu. Diejenigen, die vielleicht unter uns sind und sagen, ich habe mein Leben sowas von in den... Sowas von versagt moralisch. Ich habe so oft gesündigt schon. Und Jesus ruft dir zu, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Aber er sagt das auch all denen, die sich innerlich so für noch ziemlich gerecht halten. Denken, ja, ich habe eigentlich schon ein gutes Leben gelebt bis jetzt. Und der eigene Herr war, der eigene Erlöser. Und er ruft zu, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Er ruft das damals zu und er ruft uns heute zu. Warum kann Jesus das uns zurufen? Weil Jesus selbst durstig wurde. Er hat den Himmel verlassen. Die Erfüllung schlechthin so. Dort, wo es keinen Durst gibt. Weder körperlich noch innerlich. Und Jesus hat diesen Himmel verlassen und wurde Mensch und wurde ans Kreuz geschlagen und hat dort geschrien. Johannes 19, Vers 28. Ich habe Durst. Jesus hat meinen Durst auf sich genommen, damit ich keinen Durst mehr haben muss. Und deshalb ruft Jesus hier, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Was meint Jesus konkret damit? Oder wie kommen wir denn zu Jesus und trinken? Das meint konkret, dass ich erkenne und bekenne, dass ich an ganz vielen Orten bis jetzt das erfüllte Leben gesucht habe. Dort und dort und dort, aber nicht bei Gott. Ich bekenne das vor Gott. Gott sagt in Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Das ist das Grundproblem von uns Menschen. Wir haben uns von Gott losgesagt. Wir wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und dann suchen wir uns unsere eigenen Quellen so. Das sind Zisternen. Das ist nicht lebendiges Wasser. Und wir merken, wie wir durstig bleiben. Wir bekennen also unsere Sünde. Wir bitten Jesus, als unseren Herrn in unser Leben zu kommen. Das meint, wir kommen zu Jesus und trinken. Und dann passiert etwas Phänomenales. Dann kommt Jesus in unser Leben durch den Heiligen Geist. Und das steht in Vers 38, 39. Wer an mich glaubt, der wird erfahren, was die Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. So kommt der Heilige Geist in unser Leben und er erfüllt unser Leben. Aber der Heilige Geist ist nach Epheser 1, Vers 14 erst der erste Anteil unseres Erbes. Da kommt noch mehr. Und ich denke, dass auch diejenigen unter uns, die sagen, ja, ich bin schon zu Jesus gekommen, ich habe schon getrunken, doch immer mal wieder den Moment verspüren, wo sie Durst haben. Auch geistlichen, seelischen Durst. Es kommt noch mehr. Es wird der Moment kommen in der Ewigkeit. Offenbarung 21, 22 beschreibt uns den. Da wird Jesus auf uns zukommen und sagen, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Offenbarung 21, 6. Und es ist im Moment so, vielleicht manchmal ein bisschen ein mühsamer Prozess so, wo wir im Moment so drin sind. Wo wir jeden Tag wie neu lernen müssen, uns an Jesus genügen zu lassen. Und nicht wieder dort das Heil zu suchen und dort wieder Glück und dort wieder eine Zisterne. Und dort. Und sagen, Jesus, du bist genug. Jesus sagt, Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben im Überfluss. Jesus ist genug. Der Heilige Geist ist genug für uns. Er beschenkt uns mit Begabungen, mit der Frucht des Geistes. Er ist genug. Und wisst ihr, diese Begabungen, diese Frucht, die sind nicht in erster Linie für uns da. Und das ist das, was Jesus auch gerade sagt. Er sagt, es gehen dann aus dem inneren lebensspendendes Wasser hervor. Wie ein Strom. Das ist ein Grundgedanke, der zieht sich durch die ganze Bibel durch. Menschen, die zu Jesus gekommen sind, werden zu einer Quelle für andere. Wie ein Strom. Wie ein Strom. Wir sind gesegnet, um zu segnen. Wir sind beschenkt, um zu beschenken. Ich denke da an Josh. Josh hatte eine Schwester, die war drogenabhängig, die ihre Stelle oft verloren, ihre Ehe konnte sie nicht zusammenhalten. Und dann sagt Josh, ich zitiere ihn, Dann fand sie eines Tages Jesus. Von einem Tag zum anderen hat sie sich verändert. Ihre Vorstellungen und Ideen treiben mich in den Wahnsinn. Aber ich kann nicht leugnen, dass sich ihr Leben verändert hat. Sie hat es mit allen möglichen Entziehungskuren und Therapien versucht. Aber das war das Einzige, was geholfen hat. Und dann begann dieser Josh selbst, christliche Bücher zu lesen. Wir sehen, diese Frau hat erlebt, wie Jesus den Durst stillen kann. Und dann wurde sie ein Segen für andere. Es geht weiter. Und das ist Gottes Plan für unser Leben. Dass wir weitergeben. Dass wir eine Quelle sind für andere. Wisst ihr, was passiert mit einem See, das nur immer Wasser aufnimmt und nicht mehr weitergibt? Das ist ein Meer. Im schlimmsten Fall ein totes Meer, oder? Immer noch mehr und noch mehr und nicht mehr weitergeben. Das ist auch bei uns so. So ein Weitergeben, was wir bekommen haben. Nun, wie könnte das konkret aussehen, dass wir weitergeben, was wir empfangen haben? Ich denke, dass dazu zunächst einmal gehört, dass wir allen unseren Mitmenschen so begegnen, als würde Jesus ihnen jetzt gerade begegnen. Mit Achtung, mit Respekt, mit Liebe. So, dass Menschen, wenn sie uns sehen, einfach mal sehen, wow. Ich habe zwar Mühe mit dem, was du glaubst, aber doch, ich sehe da doch etwas Wunderbares. Und dann müssen wir natürlich auch irgendwann mal weitererzählen, denn wovon unser Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und dann erzählen wir das. Vielleicht in persönlichen Begegnungen, vielleicht im WhatsApp-Status sieht man, was uns wichtig ist. In der Schule erzählen wir es, im Verein und so weiter. Der Sommerbibelschule war ein Teilnehmer, der spielt heute Fussball im gleichen Verein, wie ich vor 20 Jahren Fussball gespielt habe. Er hat mir gesagt, wir haben heute Abend noch ein Matsch, so bei der Verabschiedung, das Spiel. Und ich überlege mir jetzt schon, wie kann ich meinen Mitspielern erklären, wo ich in dieser Woche war? Die werden mich fragen, warum bist du nicht im Training gewesen? Und wie erkläre ich ihnen, ich war an einer Sommerbibelschule? Das war sein Anliegen. Und wenn wir dann mit unserem Verhalten und unserem Reden auf Jesus hinweisen, dann werden wir ein Segen für andere. Ja, für diese ganze Region. Mir geht immer noch nach, was Jürg Wüthrich, er ist in der Leitung FFG Schweiz, er leitet die Vision Europa, was er uns in der Sommerbibelschule erzählt hat. Er durfte vor gut 30 Jahren eine Gemeinde in Dornbirn gründen, Österreich. Eine Wohnung, es gab keine, kaum Christen dort. Und dann wollten sie das ein bisschen bekannt machen, vielleicht auch einen Raum mieten. Und man wollte sie nicht in Dornbirn. Keine Sekte hier, im Vorarlberg. Und sie wurden nicht willkommen geheissen. Gott hat Segen geschenkt. 20 Jahre später war die Gemeinde x-fach grösser, fast so gross wie wir jetzt hier. Etwa so gross wie wir jetzt hier so. Und dann haben sie 20 Jahre Jubiläum gefeiert, Einweihung eines neuen Gebäudes. Dieses 20 Jahre Jubiläumsblatt ist heute noch im Internet aufgeschaltet, auf ihrer Website. Dort hat der Bürgermeister das Vorwort geschrieben und gedankt für das soziale Engagement dieser Gemeinde. Und wenn ich Jürg richtig verstanden habe, dann hat dieser Bürgermeister sieben Minuten lang bei der Eröffnung erzählt, wie ein Segen diese Gemeinde ist für diese Region. Natürlich hat er nicht auf das Evangelium hingewiesen, sondern auf das, was diese Gemeinde Gutes tut. Und das ist so mein tiefstes Anliegen, mein grösster Wunsch. Dass die Menschen um uns herum vielleicht zunächst mal sagen, was die da glauben, komisch und so. Aber so gut haben wir die hier. Sie sind so ein Segen für uns. Die Gemeinde in Vorarlberg wurde zum Segen, weil sie mit Hand und Mund die gute Nachricht weitergegeben hat. Und das wollen wir auch. Und vielleicht sitzt heute jemand hier, der sagt, ich gehöre nicht zu dieser Gemeinde. Dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Wir sind für dich da. Wir wollen ein Segen sein für die Menschen in dieser Region. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du selbst Mensch wurdest, dass du durstig warst. Meinen Durst verspürt hast und meinen Durst auf dich genommen hast. Und Jesus, vielleicht sitzt heute jemand hier, der verspürt auch diese innere Leere. Ist auf der Suche, vielleicht dort schon gesucht und dort schon versucht. Und irgendwie bleibt diese Leere, Jesus. Ich bitte dich, dass du heute besonders sprichst. Einlädst. Komm zu mir und trinke. Und Jesus, ich bitte dich für all diejenigen, die das schon erlebt haben und doch immer wieder diesen Durst verspüren, dass wir heute ganz neu zu dir kommen und trinken. Aber dass wir nicht nur trinken, sondern dass wir auch weitergeben. Dass wir ein Segenskanal sind, dass du durch uns deine Liebe weitergibst. Dass wir wie ein Strom durch dieses Land erleben dürfen, wie deine Liebe weitergeht. Wie Menschen dich kennenlernen, auch zum Segenskanal werden. Jesus, ich bitte dich, dass wir auch als Gemeinde ein grosser Segen sein dürfen. Für Schönenwert, Aarau, diese ganze Region. Amen.